So ein... Ich fasse es euch kurz zusammen. Von Anfang an hofft man, dass dieser Hemingway-Fuzzi den Krieg überlebt und die Frau seiner Träume abkriegt. Es ist 4 Uhr früh. Kann ich mal einer sagen, hey, seien wir optimistisch, lasst die Geschichte doch gut ausgehen? Ich entschuldige mich nicht. Aber wisst ihr, was ich tun werde? Ich entschuldige mich im Namen von Ernest Hemingway. Denn der ist der Schuldige hier. Ja, sag Hemingway, er soll selbst anrufen und sich auch bei uns entschuldigen. Stört's dich, wenn Veronicas Schwester auch kommt? Tiffany und Tommy? Nur Tiffany. Und wo ist Tommy? Er ist tot. Tommy ist tot? Bitte erwähn es nicht. Hey, Tiffany, das ist Pat. Du siehst nett aus. Danke. Hier ist Tommy gestorben. Oh, Mann. Dr. Patel, sie ist verrückt. Hey! Oh, was soll der Scheiß? Sie wusste, wo ich war und ist mir nachgelaufen. Lach doch woanders lang! Komm runter, du Irrer. Vielleicht brauchst du nur einen Friend. Willst du in dem Laden da mit mir essen? Hol mich um 7.30 Uhr ab. Wie läuft's bei der Arbeit? Ich bin grad gefeuert worden. Oh, wirklich? Warum? Indem ich mit allen im Büro gefögelt hab. Äh, wirklich mit allen? Ich war sehr depressiv, nachdem Tommy gestorben ist. Wir müssen nicht darüber reden. Danke. Wie viele waren es? Ach, die ist total verkorkst. Pass bloß auf, die geht ständig zur Therapie. Ich geh auch ständig zur Therapie. Bin ich verkorkst? Ich find dich sehr hübsch, aber ich bin verheiratet, okay? Ich auch. Nein, das ist verwirrend. Er ist tot. Halt, was wird das denn? Da ist dieses Tanzding, aber ich kann das nur machen, wenn ich einen Partner habe. Wow, 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 ich tanze doch nicht mit dir. Ist sie die Kleine, von der du geschrieben hast? Du hast von mir geschrieben? Sie hat Feuer. Sie ist meine Freundin mit einem F. Mit einem großen F. Sie hat fünf Freunde. Wieso bist du so hinderlich? Ich bin glücklich. Was ist das jetzt? Was? Ich dachte, du warst das. Oh, ich dachte, du warst das. Du willst nie auf deinen Vater hören. Ich hab offenbar auch nicht gehört. Wenn das Leben dir so eine Chance schenkt, ist es eine Sünde, wenn du sie nicht ergabst. Ich sag Ihnen, woran ich festglaube. Du musst hart an dir arbeiten und positiv bleiben. Dann hast du eine Chance auf den Silberstreif.